So, herzlich willkommen zurück. Im zweiten Teil meiner Videoserie zur schiefen Ebene möchte ich nun zeigen, wie man das Ganze mit GeoGebra konstruiert. Zuerst konstruiere ich die schiefen Ebene, jetzt mal von links unten nach rechts oben. Dazu brauche ich einen Strahl oder eine Halbgerade. Der erste Punkt sei der Ursprung, der zweite Punkt liegt irgendwo und wenn ich dann den zweiten Punkt verschiebe, verschiebt sich meine schiefe Ebene mit. Ich mache den linken Rand mal ein bisschen breiter, denn ich brauche nicht alle Punktbezeichnungen, dann wird das Ganze sehr schnell unübersichtlich. Zum Beispiel die Ebene selber mit F muss nicht bezeichnet werden. Die Punktbeschriftung brauche ich auch nicht. Eigentlich muss ich nur die Punkte selber sehen. So, nachdem nun die Ebene da ist, möchte ich gerne ein Objekt haben, das sich auf der Ebene bewegen kann. Nehmen wir wieder den Kreis, so wie bei der Handzeichnung. Das geht allerdings nicht ganz so einfach, dass ich sagen kann, bitte mal ein Kreis mit der Randlinie auf der Ebene. Hier muss ich ein bisschen tricksen. Am besten, ich zeige es einfach mal, wie es geht. Folgendermaßen, ich definiere einen Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Den Mittelpunkt lege ich auf die schiefe Ebene und den Radius wähle ich, sagen wir mal, Längeinheit 1. So, jetzt kann ich den Punkt hier auf der Ebene verschieben und der Kreis bewegt sich mit. Das ist natürlich noch nicht der Kreis, den ich haben möchte, aber den brauche ich halt beim Konstruieren des richtigen Kreises. Das geht folgendermaßen weiter. Ich nehme eine senkrechte Gerade, senkrecht durch den Punkt C zu der schiefen Ebene. Danach Schnittpunkt vom Kreis mit der senkrechten. So, und das meiste von dem, was ich hier sehe, brauche ich jetzt nicht mehr, deswegen mache ich es unsichtbar. Rechte Maustaste, den Kreis zum Beispiel Objektanzeigen weg, die senkrechte A weg. Den Punkt D brauche ich auch nicht weg. Der Punkt D ist genau der richtige, denn das ist der Mittelpunkt meines neuen Kreises, der ebenfalls den Radius 1 haben wird. Also Kreis mit Mittelpunkt und Radius E, Radius 1. So, und das Schöne ist jetzt, wenn ich den Punkt C bewege, bewegt sich das Objekt entlang der Ebene mit. Jetzt nehme ich nochmal ein paar Punktbezeichnungen raus, damit es übersichtlich bleibt. Fertig. Als nächstes möchte ich den Vektor der Gewichtskraft Fg einzeichnen. Sagen wir mal mit einer Länge von 0 bis 5 Längeneinheiten. Dazu definiere ich hier einfach mal ein Objekt Fg. Dadurch, dass ich nur eine Variablenbezeichnung eingegeben habe, habe ich automatisch einen Schieberegler erstellt bekommen, der jetzt hier Werte von Minus 5 bis Plus 5 ermöglicht. Das ist mir zu viel. Ich brauche nur Werte von 0 bis 5, klicke deswegen die Minus 5 an, mache daraus eine 0 und habe jetzt hier einen Schieberegler von 0 bis 5, der allerdings noch keinen Einfluss auf die Skizze hat, was ich im nächsten Schritt ändern möchte. Das geht leider auch nicht direkt, sondern nur mit einem Trick. Und zwar brauche ich sowohl die Länge als auch die Richtung und muss daraus was kombinieren. Die Richtung bekomme ich über eine Parallele zur Y-Achse. Parallele gerade durch den Punkt zu dieser Achse. Und die Länge kriege ich über den Kreis mit festem Radius. Kreis mit Mittelpunkt und Radius. Mittelpunkt ist dieser Punkt wieder und der Radius ist jetzt Fg. So, jetzt hat Fg einen Einfluss auf die Skizze, denn wenn ich hier den Schieberegler verändere, dann verändere ich die Größe des Kreises. Aber ich will gar nicht den Kreis haben, sondern möchte einen Vektor haben, der vom Mittelpunkt bis zum Schnittpunkt von Kreis und Parallele zur Y-Achse geht. Das mache ich jetzt alles erstmal wieder unsichtbar. So, und dann kann ich meinen Vektor definieren. Vom Mittelpunkt oder Schwerpunkt des Kreises bis zum Punkt F. Der muss auch nicht unbedingt beschriftet werden. Und nun habe ich hier einen Vektor Fg, der senkrecht nach unten zeigt und dessen Länge hier über den Schieberegler festzulegen ist, ach, das ist nur ein zweiter Punkt G. Den will ich gar nicht sehen. Und ich kann das ganze Objekt auch verschieben, inklusive des Schwerpunktvektors entlang der schiefen Ebene. Ebenso wie ich die schiefe Ebene in der Neigung verändern kann. So, machen wir das Ganze noch ein bisschen bunt. Und der Vektor soll jetzt wie in der Skizze zum ersten Video rot sein. Jetzt beginne ich erst mit der eigentlichen Konstruktion zur schiefen Ebene, oder genauer gesagt zur Ermittlung der Hangabtriebskraft. Und das ging nochmal in folgenden Schritten. Ich brauche eine Parallele zur schiefen Ebene und eine senkrechte. Parallele steht hier sogar noch durch diesen Punkt zur Ebene und eine senkrechte durch diesen Punkt zur Ebene. Dann machen wir das Ganze mal auch ein bisschen bunter, sonst wird es wieder unübersichtlich. Also das Ding hier soll blau und gestrichelt sein und das Ding hier soll grün und gestrichelt sein. Als nächstes brauche ich auch dazu wieder Parallelen, und zwar durch die Spitze des Gewichtskraftvektors. Parallele gerade durch diesen Punkt zu dieser Linie und durch den Punkt zu dieser Linie. Das geht wunderbar schnell mit GeoGebra. So, jetzt möchte ich das Ganze auch wieder in den passenden Farben haben. Diese Linie hier blau und diese Linie hier grün. Und dann weiß ich auch schon, bis wohin meine Vektoren gehen. Halte die Schnittpunkte fehlen noch. Erstmal schneide bitte diese Linie mit dieser Linie und diese Linie mit dieser Linie. Und schon kann ich die entsprechenden Teilkraftvektoren einzeichnen. Vektor 1 geht vom Schwerpunkt zum Punkt H, heißt der hier noch. Und der Normalkraftvektor geht vom Schwerpunkt bis zum Punkt I. Ich mache die Vektoren mal ein bisschen dicker und auch farblicher vorgehoben, dann kann man es besser erkennen. So, nehmen wir diesen Vektor hier. Der ist blau und soll ein bisschen dicker sein. Dieser Vektor hier ist grün und soll ein bisschen dicker sein. Dieser Vektor hier ist rot, ist er schon, soll auch ein bisschen dicker sein. Jetzt haben wir hier wieder diese ganzen Punktbezeichnungen. Die Beschriftung brauche ich nicht. Nun möchte ich noch ein bisschen physikalisch mit meiner Konstruktion rumspielen. Das heißt, ich würde auch gerne die Vektorbezeichnung haben. Ich benenne dazu zuerst die Vektoren um. Der Vektor V ist der Vektor der Hangabtriebskraft. Und dann nenne ich ihn auch entsprechend so F mit Index H. Können wir das hier ein bisschen verschieben. Und der Vektor W ist der Vektor der Normalkraft. Also Fn. Das ist die Kraft, mit der das Objekt senkrecht gegen die Ebene drückt. So, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe den Kreisradius mit Fg schon bezeichnet. Aber das soll ja eigentlich der gute Vektor werden. Das heißt, ich benenne das nochmal hier um in Gewichtskraft oder sowas. Und jetzt suche ich den dazu passenden Vektor. Das müsste hier der Vektor U sein. Den kann ich jetzt umbenennen in Fg. Und dann wird das auch passend angezeigt. Gut. So, jetzt habe ich ganz viel zur schiefen Ebene erklärt und vorgeführt. An dieser Stelle übergebe ich das Zepter an euch. Jetzt könnt ihr damit spielen, ausprobieren. Was weiß ich. Zum Beispiel das Objekt entlang der Ebene verschieben. Oder die Gewichtskraft kleiner und größer werden lassen. Aber am interessantesten ist natürlich der Fall, was passiert, wenn die Ebene flacher oder steiler wird. Besonders interessant sind die Grenzwelle. Das heißt, wenn der Neigungswinkel gegen 0 Grad geht oder gegen 90 Grad geht. Aber das kannst du selber rausfinden mit deiner Konstruktion. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.